Die Evolution der Tonaufnahmetechnik Eine Reise durch die Geschichte der Klangaufzeichnung In diesem Video begeben wir uns auf eine faszinierende Reise durch die Entwicklung der Tonaufnahmetechnik. Von den frühen Anfängen bis zur hochentwickelten digitalen Ära werden wir die bahnbrechenden technischen Neuerungen und deren Erfinder, die die Klangaufzeichnung maßgeblich geprägt haben, kennenlernen. Lange Zeit konnte man sich nicht vorstellen, dass es eine Möglichkeit geben würde, Musik nicht nur live, sondern wann immer man Lust darauf hat, anhören zu können. Und zwar, ohne dass dabei jemand am Instrument spielen müsste. Musik war seit jeher etwas Flüchtiges. Ein Genuss für den Moment. Kaum ertönt auch schon verklungen. Dass man Musik immer und immer wieder abspielen könnte, war daher bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein unvorstellbar. Thomas Edison gelang es schließlich 1877 erstmals Schallwellen in Wachs zu gravieren, wodurch die erste Tonaufnahme überhaupt entstand. Zwar waren die Ergebnisse qualitativ noch sehr weit entfernt von heutigen Tonaufnahmen, aber der Grundstein für kommende Entwicklungen war gelegt. Die 1920er Jahre waren durch die Ära der Schellackplatten geprägt. Die Einführung der elektrischen Aufnahmetechnik durch Western Electric im Jahr 1925 war ein Meilenstein. In den 1940er Jahren erlebten wir den Aufstieg der Magnetbahntechnologie, insbesondere durch Ampex und das bahnbrechende Tonbandgerät von 1948. Der Übergang von Schellackplatten zu Vinyl in den 1950er Jahren setzte neue Maßstäbe. Stereoaufnahmen und Langspielplatten, LPs, veränderten die Art, wie Musik konsumiert wurde. Die Einführung der Kompaktkassette im Jahr 1963 durch Philips ermöglichte eine persönlichere Aufnahme und den Austausch von Musik. Der Sony Walkman von 1979 setzte neue Standards für den mobilen Musikgenuss. Nun konnte erstmals Musik grundsätzlich überall angehört werden, in der Bahn, beim Spazierengehen oder auch beim Einkaufen. Doch die wohl größte Veränderung begann in den 1980er Jahren mit der digitalen Revolution. Die Einführung der Compact Disc, CD, war ein Meilenstein in der Geschichte der Tonaufnahmetechnik. Die CD bot nicht nur eine höhere Klangqualität, sondern ermöglichte auch eine präzise und langlebige Aufzeichnung von Musik. Die digitale Aufnahmetechnik, die sich daraus entwickelte, revolutionierte die Musikproduktion. Anfangs nur in Studios verwendet, erlaubten digitale Audio-Workstations ab den 1990er Jahren eine breitere Nutzung. Künstler und Produzenten konnten nun mit unvorstellbarer Präzision und Flexibilität arbeiten. Effekte und Bearbeitungen wurden einfacher, kostengünstiger und vielfältiger. Musikproduktion konnte nun komplett auf einem Computer geschehen. Der Einzug der Digitaltechnik brachte auch Veränderungen im Vertrieb mit sich. Die 2000er Jahre sahen den Aufstieg von Musik-Streaming-Diensten, die die Art und Weise, wie Menschen Musik konsumieren, erneut grundlegend veränderten. Mit Plattformen wie Spotify und Apple Music wurde der Zugang zu einer schier unendlichen Bibliothek von Musik so einfach wie noch nie zuvor. Doch obwohl heutzutage eine rein digitale Musikproduktion möglich ist, gibt es nach wie vor parallel dazu auch Tonstudios, die rein analoge Aufnahmen anbieten. Der Klang einer Vinylplatte ist etwas wärmer als eine klarere, aber auch etwas härtere Digitalaufnahme. Deshalb ist es nicht nur retro, analog aufzunehmen, sondern es gibt auch rein klangliche Vorzüge analoger Tonaufnahmen. Man kann sagen, dass jede Ära ihren einzigartigen Beitrag hinterlassen hat, um die Art und Weise, wie wir Musik aufzeichnen und genießen können, zu verändern. Und jede Neuerung hat auch neue Möglichkeiten mit sich gebracht, wie Musiker bei der Aufnahme mit der jeweiligen Technik kreativ werden können. 考en 0599 Vielen Dank.